Hallo meine Liebe, Roland Demjan hier. Heute bekommst du von mir 5 Tipps, damit dich ein Mann wirklich vermisst. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass der Mann, den du willst, sich irgendwie von dir distanziert hat? Dass er dir weniger schreibt, sich nicht mehr so häufig bei dir meldet oder dich nicht mehr so oft sehen will? Willst du, dass er wieder häufiger an dich denkt und dich vermisst? Wenn ja, dann solltest du dir dieses Video bis zum Ende ansehen. Denn die 5 Tipps, die du von mir bekommst, werden seine Aufmerksamkeit dir gegenüber wieder wecken, damit er sich um dich bemüht und dich vermisst. Wenn der Mann, für den du Gefühle hast, plötzlich nicht mehr so sehr an dir interessiert ist, dann ist es ganz natürlich, dass in dir eine gewisse Angst hochkommt. Du machst dir Gedanken und Sorgen, weil du ihn nicht verlieren möchtest. Und natürlich möchtest du dieses Problem lösen, weil du dir wünschst, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Leider sind aber oft die Dinge, die ihn dir eigentlich näher bringen sollten, wie zum Beispiel, dass du mehr Zeit mit ihm verbringst oder dass du ihn fragst, was los ist, das sind oft die Dinge, die ihn eher von dir entfernen. Je mehr du dich um ihn bemühst, desto schlimmer wird alles. Hier ist ein Beispiel. Wenn ein Mann dir weniger schreibt, dich nicht mehr so häufig anruft und dich auch nicht mehr so oft sehen will, dann kommen in dir gewisse Sorgen auf, weil er sich verändert hat. Du beginnst sehr genau darauf zu achten, was er macht und suchst nach Dingen, die deine Gefühle bestätigen. Und wenn du danach suchst, wirst du mit Sicherheit Beweise dafür finden. Und genau das lässt dich immer schlechter und unsicherer fühlen. Kennst du das? Mit Sicherheit. Du sprichst ihn an, was los ist und warum er sich verändert hat. Und sehr wahrscheinlich wirst du Antworten bekommen wie, dass du dir keine Sorgen machen sollst, dass er sehr beschäftigt ist oder dass du vielleicht zu empfindlich bist. Oder er leugnet einfach alles. Wenn es dir wie den meisten Frauen geht, dann kannst du das nicht vergessen. Du versuchst mit aller Gewalt wieder Nähe zwischen euch herzustellen. Du willst mehr Zeit mit ihm verbringen, weil du das Schöne, die schönen Dinge wieder aufleben lassen willst. Mit anderen Worten, wenn ein Mann sein Interesse verliert, investierst du immer mehr Energie in eure Beziehung, weil du diesen Mann nicht verlieren willst. Aber leider macht das die Sache immer nur noch schlimmer. Für dich und für ihn. Der Grund dafür ist, dass du deine gesamte Energie in die Beziehung steckst und sie dadurch einseitig wird. Dadurch fühlst du dich nicht wertgeschätzt und so, als ob er dich als selbstverständlich sehen würde. Und trotz deiner Bemühungen ändert sich nichts. Und das frustriert dich und macht dich richtig wütend. Und wenn du dich dann noch beschwerst, dann wird alles nur noch schlimmer. Da sieht er dich als Frau, die immer nervt und sich immer beschwert. Und noch mehr zu geben, nützt einfach nichts. Stattdessen ist es wichtig, dass du die Schritte, die du jetzt von mir bekommst, befolgst und vor allem die Reihenfolge einhältst. Die Reihenfolge ist extrem wichtig. Also bitte halte dich daran. Schritt Nummer 1, damit dich ein Mann vermisst, höre auf, ihn zuerst zu kontaktieren. Mir ist absolut klar, wenn du Gefühle für einen Mann hast, dass du mit ihm reden und dich mit ihm verbinden willst. Aber wenn du willst, dass er dich vermisst, musst du dich von ihm distanzieren. Um jetzt alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, ich meine damit nicht, dass du den Mann ignorierst oder nicht mehr mit ihm sprichst. Ich meine damit, dass du nicht immer die Erste sein musst, die morgens zum Handy greift, um ihm einen guten Morgen zu schicken. Das kann er auch tun. Also überlass ihm das. Lass ihn den Unterschied spüren und sich fragen, warum es um dich so ruhig geworden ist oder warum es von deiner Seite so ruhig geworden ist. Und wenn er Gefühle für dich hat, wird er ins Grübeln kommen und er wird sich wünschen, dass alles so wird, wie es einmal war. Und dann wird er dich relativ schnell wieder kontaktieren. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Spielchen zu spielen, sondern es geht hier darum, dass du nicht zu sehr in die Beziehung investierst und dich verausgabst. Denn es ist sehr wichtig, die Balance zwischen Geben und Nehmen einzuhalten. Und ganz wichtig, wenn dir der Mann schreibt, dann antworte nicht sofort. Ich weiß, du hast das Bedürfnis, ihm sehr schnell und sofort zu antworten. Vor allem dann, wenn du schon lange nichts mehr von ihm gehört hast. Wenn du aber ihm nicht gleich antwortest, dann kommunizierst du ihm indirekt damit, dass du auch wichtigere Dinge im Leben zu tun hast, als auf seinen Anruf zu warten. Und darum ist es extrem wichtig, dass du dir ein spannendes und erfülltes Leben aufbaust, damit du nie wieder auf den Anruf eines Mannes warten musst. Und noch eine Sache. Es kann sein, dass er merkt, dass sich irgendetwas bei dir verändert hat und er wird dich darauf ansprechen. Und diese Sache ist ganz wichtig. Fang nicht an, mit ihm zu diskutieren, bis die Zeit reif ist. Ich weiß, du willst mit ihm reden, aber du musst warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Darum, folge diesen Schritten hier weiterhin. Schritt Nummer 2, damit dich ein Mann vermisst, wäre zu der Person, die du vermisst. Wie machst du das? Sei du selbst und wäre zu deiner Priorität in deinem Leben. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber es ist wichtig, dass du deine Aufmerksamkeit von dem Mann abziehst und sie auf dich legst. Achte zuerst auf dich. Such dir ein Hobby. Unternehme etwas mit deinen Freunden. Mach etwas, was du schon lange tun wolltest. Und hab ein erfülltes Leben. Ein Leben, von dem der Mann ein Teil sein will. Falls du dieses erfüllte Leben noch nicht hast, dann solltest du es dir aufbauen. Nicht für den Mann, sondern nur für dich. Er soll sehen, was für ein tolles und schönes Leben du hast. Und wenn er ein Teil davon wird, dann nur, weil du es willst und nicht, weil du ihn brauchst. Und ich weiß, das, was ich jetzt sage, hast du vielleicht schon tausendmal gehört, aber ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es wird dich kein Mann vermissen und lieben, wenn du dich nicht selbst liebst. Schritt Nummer 3, sei ein wenig geheimnisvoll. Das bedeutet, dass du ihm nicht alle Details deines Tagesablaufes erklären musst. Es heißt nicht, dass du für ihn Geheimnisse haben sollst und ihn belügen sollst. Es heißt nur, dass du ihm nicht jede Sache bis ins Detail erklärst, außer er fragt danach. Und er soll dich danach fragen. Also gib ihm die Informationen häppchenweise. Hier ein Beispiel. Angenommen, du gehst mit deinem Arbeitskollegen zum Essen. Und er fragt dich, was du machst. Dann sag einfach, dass du zum Essen verabredet bist. Sag ihm nicht, mit wem du verabredet bist. Außer er fragt dich danach. Wenn du aber beispielsweise mit deinen Freundinnen verabredet bist und er dich in letzter Minute nach einem Date fragt, dann sagst du ihm ab und gehst mit deinen Freundinnen aus. Er muss merken, dass deine Zeit sehr wertvoll ist und er muss dich an erster Stelle setzen. Schritt Nummer 4, führe das Gespräch, wenn die Zeit reif ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn du die vorhergehenden Punkte richtig ausgeführt hast, dann wird der Mann deine Veränderung spüren und er wird sich anfangen, Gedanken zu machen. Und das ist gut so. Denn er soll wissen, mit was für einer tollen Frau er es zu tun hat. Sollte er keine Veränderung spüren, dann solltest du dir vielleicht nochmal Gedanken machen. Deine Aufgabe ist es auf keinen Fall, das Gespräch zu suchen, mit ihm zu suchen. Sondern er wird deine Veränderung spüren und dann wird er auf dich zukommen. Er wird entweder aufmerksamer und liebevoller dir gegenüber sein oder wenn er deine Veränderung spürt, wird er dich darauf ansprechen und das Gespräch mit dir suchen. Und das ist perfekt. Wenn er das Gespräch mit dir sucht, dann musst du wissen, was du dir von einer Beziehung wünschst. Auf gar keinen Fall solltest du deine Bedürfnisse für eine Beziehung an seine Bedürfnisse anpassen. Wenn du eine langfristige Beziehung willst, dann darfst du das auf gar keinen Fall tun. Wenn du beispielsweise einen Mann triffst, der dir sagt, dass er nicht mit dir zusammen sein will. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass du ihn davon überzeugen kannst, mit dir zusammen sein, wenn du deine Bedürfnisse an seine anpasst. Das kann vielleicht kurzfristig funktionieren, aber langfristig wirst du enttäuscht werden. Denk mal darüber nach. Ist es nicht einfacher, mit jemandem zusammenzukommen, der mit dir zusammen sein will und sich das Gleiche wünscht wie du, statt mit jemandem, den du davon überzeugen musst? Deine Zeit und deine Energie ist sehr begrenzt. Darum verschwende sie nicht für jemanden, der deine Zeit und Energie nicht zu schätzen weiß, sondern stecke lieber deine Zeit und Energie in jemanden, der dich wertschätzt. Wie soll ein Mann dich überhaupt vermissen, wenn er dich überhaupt nicht vermissen will? Also darum glaube einem Mann, der dir sagt, dass er keine Beziehung will. Denn damit ersparst du dir viel Herzschmerz und Enttäuschung. Schritt Nummer 5. Sei bereit zu gehen. Du musst bereit sein, dich von einer Beziehung, von Situationen oder von einem Mann zu trennen. Es bringt nichts, wenn du dich belügst oder leidest, wenn dir der Mann nicht die Nähe, die Leidenschaft und die Liebe gibt, die du dir wünschst, in der Hoffnung, dass alles besser wird. Glaub mir, es wird sich nicht verändern. Es wird alles eher nur noch schlimmer. Wenn du dir etwas Festes wünschst, dann darfst du kein Verhalten von einem Mann tolerieren, wenn du damit nicht einverstanden bist. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass der Mann etwas Angst und Sorge hat, dich zu verlieren, damit er dich vermissen kann. Diese Angst und Sorge ist umso stärker, wenn du in deinem besten Selbst bist. Das bedeutet, in der besten Version deiner Selbst. Wenn du das bist, dann weißt du, dass er der Richtige für dich ist, wenn er sich um dich bemüht. Und dass er nicht der Richtige für dich ist, wenn er sich nicht um dich bemüht. Wenn du nicht in deinem besten Selbst bist und du um seine Aufmerksamkeit kämpfen musst, dann sind das keine guten Vorzeichen und es wird auch nicht gut für dich enden. Denn damit zerstörst du dein Selbstwertgefühl und du wirst dich in eurer Beziehung verlieren. Er kann also nur erfahren, ob er dich will, wenn du in deinem besten Selbst bist und wenn du in der Lage bist zu gehen, wenn etwas für dich nicht stimmig ist. Mir ist klar, dass du all diese Tipps, die du von mir bekommen hast, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hörst. Trotzdem sind sie nicht einfach umzusetzen. Warum ist das so? Weil sie sich kontraproduktiv und sehr riskant anhören. Und ich höre jetzt schon die ganzen Gegenargumente und Entschuldigungen. So wie zum Beispiel, naja, wenn ich nicht verfügbar bin, dann sucht er sich eine andere. Wenn ich mich nicht bei ihm melde, dann wird er enttäuscht sein. Wenn ich mein Interesse oder kein Interesse an ihm zeige, wird er sein Interesse an mir verlieren. Oder wenn ich all das mache, dann wird er sauer und enttäuscht sein und mich mit Sicherheit verlassen. Ja, das hört sich auf eine gewisse Art und Weise alles sehr riskant an. Das ist richtig. Und vielleicht denkst du dir, dass das alles vielleicht nicht funktioniert und du solltest du selbst bleiben und das machen, was du bisher getan hast. Aber das alles sind nur Entschuldigungen, die auf Angst basieren. Angst, abgelehnt und verlassen zu werden. Wenn der Mann dich wirklich liebt und wertschätzt, dann werden all diese Dinge aufwecken und er wird sich daran erinnern, wie wichtig du ihm bist. Wenn du die Qualität deiner Beziehungen steigern willst, überwinde deine Angst vor Ablehnung. Überwinde die Angst vor dem Ende einer Beziehung. Ablehnung bedeutet nicht, dass etwas nicht mit dir stimmt, sondern es bedeutet nur, dass der Mann nicht der Richtige für dich war. Sei dir im Klaren darüber, dass die Dinge immer so kommen, wie sie kommen sollen. Das bedeutet, wenn ihr zueinander passt, werdet ihr einen Weg finden. Wenn ihr nicht zueinander passt, dann werden sich eure Wege trennen. Alle Schritte und alle Tipps, die du heute von mir bekommen hast, basieren darauf, dass du in der besten Version deiner selbst bist. Nur dann kann der Mann deinen Wert erkennen und kann sich an die Person erinnern, in der er sich mal verliebt hat. Und wenn du jetzt auch zu deinem besten Selbst werden willst, damit dich der richtige Mann vermisst und du keine Angst mehr vor Ablehnung hast, dann bist du hier genau richtig, weil ich dir helfen kann. Und wenn du darüber hinaus auch noch keine Lust mehr hast, immer auf die Männer zu treffen, die dir nicht das geben, wonach du dich sehnst, und keine Lust mehr hast, immer unglücklich verliebt zu sein und in Affären und Freundschaft Plus zu landen, dann sollten wir auf jeden Fall miteinander sprechen. Und wenn du zu all dem noch wissen willst, wie du die Nummer 1 für einen Mann wirst, dann ist das jetzt deine Chance, dich für ein kostenfreies Beratungsgespräch zu bewerben. In diesem Beratungsgespräch wird sich meine Assistentin, der ich zu 100% vertraue, mit dir deine aktuelle Situation anschauen und danach schaut ihr, ob und wie ich dich persönlich unterstützen kann, damit du die Nummer 1 für einen Mann wirst, die Beziehung bekommst, die du dir wünschst und das Liebesleben führst, von dem du schon lange träumst. Du kannst meiner Assistentin zu 100% vertrauen, denn ich vertraue ihr auch. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Sie steckt tief in der Thematik drin und sie kennt sich im Bereich Männer genauso gut aus wie ich. Also, wenn du auf ein kostenfreies Beratungsgespräch Lust hast, dann mach jetzt Folgendes. Klick auf den Link unterhalb dieses Videos oder auf diesen Banner hier oben. Du wirst dann auf einen Fragebogen weitergeleitet, den du bitte ausfüllst. Ich werde automatisch benachrichtigt, dass du diesen Fragebogen ausgefüllt hast und anschließend wird sich meine Assistentin schnellstmöglich bei dir melden. Bitte beachte auch, dass die Anzahl der kostenfreien Beratungsgespräche, die sie mit dir führen kann, sehr begrenzt ist. Darum handle jetzt. Wie gesagt, auf den Link unterhalb dieses Videos oder auf diesen Banner hier oben. Und nun danke ich dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dir dieses Video anzuschauen und ich bitte dich, diesen Kanal jetzt zu abonnieren, wenn dir das Video gefallen hat und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und sage, alles Liebe, dein Roland.